Eine Handvoll Nüsse pro Tag soll übrigens das Leben um bis zu zehn Jahre verlängern. Älter werden wir alle. Die Alternative dazu ist, jung zu sterben. Und das ist nun wirklich keine gute. Das Tolle ist, wie wir altern. Das haben wir zum Großteil selbst in unserer Hand. Nämlich nur 30 Prozent werden von unseren Genen bestimmt. Der Rest hängt von unserem Lebensstil ab. Darüber habe ich mit Dr. Jarl Adler gesprochen. Sie ist Hautärztin, sie ist Ernährungsmedizinerin. Sie ist im Wissenschaftlichen Beirat für Anti-Aging-Medizin. Und ich habe sie gefragt, was wir tun müssen, um gesund und vital zu altern und ob sich dieser Alterungsprozess vielleicht sogar irgendwie stoppen lässt. Zellen haben eine bestimmte Anzahl, wie oft sie sich teilen können. 50, 60 Mal. Und dann ist aber Schicht im Schacht. Und diese Telomere, diese Schutzkappen auf dem Chromosom, die werden bei jeder Zellteilung ein bisschen kürzer. Und natürlich, wenn jemand lange Telomere hat, dann lebt er quasi länger oder vergreist langsamer. Und da will auch die Wissenschaft natürlich Methoden finden, diese Telomere zu verlängern. Aber übrigens, wenn ich meine Patienten in der Hautkrebsvorsorge sehe und jemand hat sehr viele Leberflecken, dann kann man zwar zum einen, muss man sagen, ja, passen Sie darauf auf, dass die sich nicht irgendwann verändern, immer schön zur Hautkrebsvorsorge gehen. Aber zum Trost, das sind die Leute mit den langen Telomeren. Die leben also länger, kriegen vielleicht nicht so schnell eine Demenz oder Osteoporose. Na, das ist doch tröstlich. Dann kann man sich über seine Leberflecken freuen. Wenn Sie sagen, es wird daran gearbeitet, diese Telomere zu verlängern, gibt es denn in der Forschungspipeline irgendwie ein Medikament, das wirklich vielversprechend ist? Also es gibt zahlreiche Dinge, die ausprobiert werden. Das Problem ist, erstens ist natürlich noch Zukunftsmusik. Zweitens, wenn Sie eine Zelle verjüngen und wieder funktionsfähig machen, dann kann es tolle Effekte, verjüngende Effekte haben. Aber es kann natürlich auch unerfreuliche Zellen aktivieren. Das heißt, vielleicht ist dann auch ein erhöhtes Krebsrisiko da. Und diese Risiken sind eben noch nicht abschätzbar. Aber was man halt zum Beispiel macht, dass man eine junge Maus mit einer alten Maus zusammenschließt und dann sieht, huch, die Maus wird viel jünger, ja, durchs Blut oder auch durch Gehirnwasser. Gut, das ist bei Menschen jetzt noch keine Alter, das ist eine Dracula-Fantasie. Aber was man schon gezeigt hat, dass man gerade diese Telomere, über die wir gerade gesprochen haben, man kann die Telomerase, das Enzym, das die verlängert, stimulieren. Zum Beispiel, indem man Herren jeden Tag hat 30 Minuten spazieren gehen lassen, nur spazieren gehen, und gesagt hat, jetzt essen Sie mal vegan oder pflanzenreicher und essen Sie mal nicht so viel tierische Fette. Und bei denen konnte man die Aktivität dieser Telomerase von 30 bis 80 Prozent immerhin wieder steigern. Das heißt, das war eine ganz natürliche Maßnahme, diese Menschen zu verjüngen. Und dieser Effekt ließ sich auch noch Jahre später nachweisen. Eine Handvoll Nüsse pro Tag soll übrigens das Leben bis zu zehn Jahre verlängern. Unglaublich. Das ist wirklich super. Egal welche Nüsse. Ja, ich würde eine Mischung vorschlagen. Walnüsse sind ein super Food, aber auch Paranüsse, die haben zum Beispiel Selen. Selen fehlt vielen Menschen, weil die Böden auch selen entleert sind. Das hilft der Schilddrüse. Das hilft unseren Entgiftungsenzymen. Das hilft für Haut, Haare, Nägel. Es soll auch einen gewissen krebspräventiven Effekt haben. Und das kann man auf gesunde Weise in zwei Paranüssen am Tag oder auch Kokosnüssen haben. Und die kann ja in der Nussmischung mit drin sein, diese Nuss. Man sagt, Lebensstil kann bis zu 17 Jahre an Leben verlängern oder gewinnen lassen. Deswegen ist es wichtig, darauf zu gucken. In der Pflanzenkost haben wir oft viele lösliche Ballaststoffe. Ganz besonders in den Akazienfasern, das ist ein gemahlener Harz, oder in den Flohsamenschalen, in den Leinsamen, die gerne auch aus der Apotheke, weil die sind dann auf Cadmium überprüft. Aber auch in allen bitteren Salaten, in Wurzelgemüsen, in einmal erkalteten Kartoffeln, in Apfelschalen. Überall dort sind viele lösliche Ballaststoffe. Und das ist der Dünger für die gesundheitsförderlichen Bakterien im Darm. Und wenn wir davon reichlich essen, man empfiehlt mindestens 30 Gramm Ballaststoffe. Die können löslich und faserig sein. Auf jeden Fall, wenn wir davon reichlich essen, haben wir einen Effekt auf ganz vieles in unserem Körper und vor allem auf die Darmflora. Und wenn die im Alterungsprozess droht, verloren zu gehen, kann man sie damit retten. Und zusätzlich, und das trinken auch die Langlebigen auf Okinawa in Japan, effektive Mikroorganismen. Das ist so ein kleines nach Essig schmeckendes Gesöff, jeden Tag so wie so ein Schnapsgläschen, das ist ohne Alkohol. Das sind so 33 Bakterien und Hefen, die zusammen fermentiert haben, in der Gruppe arbeiten. Und wenn man das trinkt, stärkt man eben direkt auch die Darmflora. Und so ähnlich geht es auch mit original griechischem Joghurt, mit unpasteurisiertem Sauerkraut, mit Kimchi vom Koreaner. Oder, also das kennen viele vom koreanischen Restaurant, oder auch Kefir. Überall dort sind lebendige Bakterien und auch teilweise Hefen. Und das ist zusammen mit den löslichen Ballaststoffen das Superfood für unseren jugendlichen Darm. Genau, der sich auf den ganzen Körper auswirkt. Ja, also wer lösliche Ballaststoffe oder überhaupt auch Hafer gibt natürlich auch, regelmäßig zu sich nimmt, der fängt auch Cholesterin ab quasi, weil die Gallensäuren weggebunden werden. Also man hat damit natürlich dann gleichen Effekt auf Herz-Kreislauf-Risiken, auf die Gefäßverfettung, auf hohen Blutdruck. Sie haben eben gesagt, original griechischer Joghurt. Es gibt ja auch den im Supermarkt, da steht nach griechischer Art, den nicht? Nee, weil der ist dann totpasteurisiert und mit Sahne angereichert. Also wir wollen schon einen, wo es richtig noch lebt und so Blubberblasen gibt. Es gibt auch Leute, die machen selber ihren Joghurt. Da gibt es so Bakterien, Kulturen, die man, aber das ist natürlich Arbeit. Aber wenn man das schnell haben will, dann sollte man darauf achten. Was auch sehr wichtig ist, ist ausreichend Eiweiß zu essen, auf eine Eiweißbalance zu achten. Sie sagen, Eiweißmangel ist einer der maßgeblichen Motoren des Alterungsprozesses. Wieso? Wenn wir im Blut gucken, ist der Eiweißgehalt oft ganz normal. Die Empfehlungen sind aber, die offiziellen, ein bisschen zu gering. Das heißt, die sind nur sozusagen, damit kann man überleben. Aber gerade wenn wir altern, bauen wir Muskulatur ab. Unser Wachstumshormon lässt nach. Das merkt man dann so, vielleicht ab Mitte 40 oder so, dass man so ein bisschen dicker wird. Und das liegt nicht daran, dass wir mehr essen. Vielleicht liegt es daran, dass wir auch körperlich träger werden. Aber es ist einfach auch das Wachstumshormon, was langsam weniger wird, altersbedingt. Man hat also weniger Muskulatur und mehr Fett. Und woraus wird Muskulatur aufgebaut? Natürlich aus Kollagen und Eiweiß. Das heißt, wir müssen darauf achten, auch in stressigen Zeiten, wenn wir Sport treiben, dass wir mehr Eiweiß zu uns nehmen. Und dass wir vor allem auch wertiges Eiweiß zu uns nehmen. Man kennt den Begriff der biologischen Wertigkeit. Wenn wir auf Pflanzenkost setzen, was ich sehr gut finde, man muss nicht so viel tierisches Eiweiß essen. Und auch nicht die ganze Zeit, weil das auch uns durchaus auch altern lässt und den Stoffwechsel zu sehr am Laufen hält, wo dann wieder freie Radikale freigesetzt werden. Wir brauchen auch Essenspausen. Und pflanzliches Eiweiß muss man klug kombinieren, um so gut zu werden wie tierisches Eiweiß. Das Ei ist so das Referenzeiweiß mit einer biologischen Wertigkeit dann von 100, weil da alle Aminosäuren drin sind, die man braucht, um alle Eiweiße im Körper herzustellen. Und bei Pflanzenkost muss man dann halt gucken, dass man zum Beispiel Vollkornreis mit Bohnen kombiniert oder Vollkornpita mit Hummus oder so. Da muss man sich ein bisschen mit beschäftigen. Und dann gelingt das aber auch. Das heißt, Eiweiß und Pflanzenkost. Damit bleibt man länger jung und im Alter muss man das ergänzen, um die Muskulatur und die Knochen auch am Laufen zu halten. Alle Strukturen im Körper sind ja auch aus Eiweiß aufgebaut, indem man natürlich noch sich bewegt. Denn auch der Bewegungsreiz hilft beim Aufbau und wenn wir altern, stürzen wir eher. Oder wir haben ein schlechteres Gleichgewicht, die Balance ist eingeschränkt. Bewegungsketten funktionieren nicht mehr so gut. Und Bewegung und Eiweiß, das sind die beiden Dinge, die man da wirklich diesem Abbau entgegensetzen kann. Klingt einfach, aber vielleicht geht es euch auch so wie mir. Oft rafft man sich einfach nicht auf, Sport zu machen, sondern bleibt auf der Couch sitzen. Wenn ihr gute Tipps habt, um den inneren Schweinehund zu überwinden, teilt sie gerne mit uns in unseren Kommentaren. Ein guter Tipp von Dr. Jarl Adler ist übrigens auch darauf zu achten, wie es um unsere Vitaminversorgung aussieht. Ich habe in Ihrem Buch gelesen, dass das Deutsche Krebsforschungszentrum errechnet hat, dass wir, wenn alle Deutschen ab 50 Vitamin D3-Tabletten einnehmen würden, etwa 30.000 Todesfälle im Jahr weniger hätten. Wie wirkt denn dieses Vitamin D3 dem Altern entgegen? Also es gibt, das heißt Vitamin, aber es ist eigentlich ein Hormon. Das ist so wichtig, dass sich die Natur zwei Quellen ausgedacht hat, nämlich die Bildung in der Haut, in der Sonne. Aber Achtung, nicht zu viel, sonst Alterung und Hautkrebs. Und über die Nahrung, zum Beispiel über fetten Seefisch. Und wir brauchen das tatsächlich überall. Wir brauchen das für die Immunabwehr, Virusabwehr, wir brauchen das für die Hormonfunktion, wir brauchen es gegen Osteoporose, wir brauchen es für die Seele. Also an ganz, ganz vielen Stellen und in jeder Fachrichtung im Grunde spielt das mittlerweile zunehmend eine Rolle und soll auch Krebsprävention mit bedeuten. Und das ist wie ein Zahnradding. Also es geht ums Vitamin D, aber eigentlich auch um sehr viele andere Mikronährstoffe, die alle miteinander arbeiten, an verschiedenen Stellen im Stoffwechsel und sich drehen. Und wenn an einer Stelle einer dieser Mikronährstoffe, wie zum Beispiel Vitamin D, zu wenig ist, dann bremst es an dieser Stelle. Dann limitiert es den ganzen Prozess. Und sehr häufig fehlt einfach Vitamin D. Das kann man sehr einfach im Blut messen. Leider muss man das auch manchmal selber zahlen. Aber nur so kann man einstellen, wie viel Vitamin D brauche ich individuell. Im Sommer ist das vielleicht weniger, im Winter ist es mehr. Und Zielgerade ist so 30 bis 50 Nanogramm pro Milliliter. Und das ist eben ganz schön, wenn man sieht, dass das also solche offiziellen Stellen, die wirklich respektablen Inhalt geben, wo ich auch empfehle, dass man sich da informiert und vielleicht nicht auf irgendwelchen werberischen Internetseiten. Dann soll man das ernst nehmen. Das Thema Mikronährstoffe wird von manchen Ärzten belächelt und von manchen gehypt. Und das werden Patienten oder Verbraucher auch merken, dass es widersprüchliche Aussagen gibt. Das gibt es auch zum Thema Hormone in der Menopause. Die Medizin diskutiert einfach und das müssen wir auch aushalten. Ich kann nur sagen, wenn man im Zweifel ist, messen und dann auffüllen und nicht blind. Weil wenn man Vitamine im Gießkannenprinzip blind gibt, dann kann man auch zu viel des Guten tun. Zum Beispiel könnte man die fettlöslichen Vitamine EDKA überdosieren oder auch mit den anderen Vitaminen den Körper lahmlegen. Also wenn man im Sporttraining ist, dann baut man, habe ich gesagt, ja Antioxidantien auf. Aber wenn man die dann von außen alle schon einnimmt, dann wird der Körper faul und man hat keinen Trainingseffekt. Und übrigens beim Vitamin B12 ist ja auch so die Diskussion, das sollte man wirklich nur nehmen, wenn es einem fehlt. Deswegen messen und nicht einfach, ach ich bin müde, ich nehme mal ein bisschen B12. Womöglich, zumindest gibt es da jetzt so Publikationen zu, dass vielleicht das Lungenkrebsrisiko erhöht ist, wenn man das so blind nimmt. Vor allem sehe ich es als Hautärztin, dass es schwere Akne macht, wenn man davon zu viel nimmt, weil das Aknebakterium das frisst und dicke Entzündung in der Haut mit Narben macht. Deswegen ist es nur ein Beispiel, zu viel des Guten ist nicht gut, aber es gibt eben ein therapeutisches Fenster und das sollte man möglicherweise dann doch schaffen zu erreichen. Fasten, weiß man auch, hat einen wahnsinnigen Anti-Aging-Effekt für unseren ganzen Körper. Warum ist das so? Also beim Fasten ist es so, dass der Körper endlich mal von Wachstum auf Wartung stellt. Wenn wir ständig Nahrungszufuhr haben, vor allem tierische Eiweiße und Zucker, dann ist praktisch die Zelle überflutet und muss dann diese Nahrungssubstanzen umbauen, aktiv sein, muss Proteine aufbauen und das ist nicht immer nur gut. Also wenn man jetzt im sportlichen Training ist, ja, dann freut man sich, wenn Muskulatur aufgebaut wird, aber manchmal werden dann Dinge aufgebaut, die auch nicht so gut sind. Es gibt einen Wachstumsfaktor, zum Beispiel wenn man auch Kuhmilch trinkt, Insulin-like Growth Factor, der ausgeschüttet wird. Da wissen wir, dass das auch das Krebsrisiko und Zivilisationskrankheiten und Akne fördert. Der Professor Bodo Melnick hat da viel drüber publiziert, das kann man auch als Laie nachlesen. Das heißt, zu viel Wachstum ist nicht gut und wir brauchen Ruhephasen für den Körper, wo wir zelluläre Müllabfuhr betreiben können. Das nennt man Autophagie und das kann man eben fördern, indem man einfach mal nichts isst. Und das weiß man aus Untersuchungen, dass Menschen länger leben, die Hungerperioden hinter sich haben und das Fasten kann man regelmäßig einbauen. Es ist natürlich etwas belastend und nicht jeder hält das aus. Wie lange muss man denn nichts essen, bis es was bringt? Wenn man null Diät macht, dann hat man auch manchmal einen Jojo-Effekt und das ist schade. Und da gibt es Tricks. So hat man das intermittierende Fasten entdeckt, wo man eine Mahlzeit am Tag weglässt und dann, sagen wir mal, acht Stunden lang zwei Mahlzeiten isst und 16 Stunden lang nichts isst. Das kann man jeden Tag machen, das finden viele Leute gut. Der richtige Autophagie-Effekt beginnt aber erst so nach 24 bis 72 Stunden, also die zelluläre Müllabfuhr. Das kann schon ein bisschen helfen. Das macht auch, gerade wenn man abends Dinner-Canceling macht, nachts mehr Wachstumshormone, was wir haben wollen. Das heißt, man nimmt besser ab und baut Muskeln besser auf. Aber wenn man es so richtig krass machen will, sollte man schon so drei Tage fasten. Und da gibt es verschiedene Methoden, auch das Heilfasten, wo man einfach eine reduzierte Menge an Nahrungsmitteln zu sich nimmt. Und wenn man das regelmäßig in den Alltag einbauen will, ohne zu stark zu leiden, da gibt es das Scheinfasten. Das hat der Gerontologe Walter DeLongo beschrieben. Und das ist toll, weil da kann man 800 Kalorien immerhin am Tag essen. Man darf es auch dreimal am Tag aufteilen. Und das ist vor allem vegan, also da sind einfach Pflanzen drin, da dürfen auch Kohlenhydrate, pflanzliche, langkettige, wo der Zucker nicht so schnell rauskommt, drin sein. Und hier weiß man, wenn man das super fünf Tage durchgehalten hat, dass das eben beim Abnehmen hilft, weil man ja unter dem Tagesbedarf bleibt mit den Kalorien. Aber dass man auch eine tolle Autophagie messen kann, also eine Verjüngung. Also fünf Tage muss man das durchhalten. Fünf Tage müsste man dieses Scheinfasten durchhalten. Da gibt es auch Literatur dazu, wenn man da noch mehr einsteigen will und es einfach Pflanzen kostet. Aber Sie sagen, es gibt ja auch Lebensmittel, also quasi Schummelsubstanzen. Mit denen kann man Hunger vortäuschen, auch wenn man nicht hungert. Also quasi den Körper ein wenig austricksen. Was wären das für Lebensmittel? Es gibt so Anti-Aging- oder Jungbrunneneiweiße, die nennt man Sirtuine. Und die helfen genau bei diesem Verjüngungsprozess und bei der Zellreinigung. Und da gibt es eine ganze Reihe Nahrungsmittel, die das so ein bisschen unterstützen oder imitieren, um diese Sirtuine zu aktivieren. Und das sind Pflanzeninhaltsstoffe. Und da sind die Burner, ist zum Beispiel Knoblauch und Cashewkerne, Chilischoten oder dunkle Schokolade. Kurkuma, bitte immer mit Pfeffer kombinieren, weil das dann nur besser aufgenommen wird vom Körper. Der grüne Tee, den wir vorhin schon mal hatten, Brokkoli, Zitrusfrüchte, Erdnüsse, Äpfeltrauben, Olivenöl und Sojaboden. Wow, also eine ganze Menge. Und zwar eigentlich durch leckere Sachen, finde ich, die man dann essen kann. Voll. Und dann gibt es ja noch das berühmte Resveratrol, das im Rotwein enthalten ist. Da redet man ja immer vom französischen Paradoxon, dass die Franzosen so alt werden, obwohl sie Rotwein trinken und Weißbrot essen. Wobei deren Weißbrot, habe ich gelernt, ist auf ganz besondere Weise hergestellt. Das ist ein Fermentationsprodukt mit ganz lange gegangenem Teig. Das ist also weniger schlimm als diese schnell gegangenen Brötchen, die man hier so beim Industriebäcker bekommt. Schmecken vor allen Dingen auch besser, finde ich, wenn man das in Frankreich isst. Das stimmt. Und der Rotwein sollte natürlich auch nicht in so großen Mengen genossen werden, weil sonst die Leber in die Grätsche geht. Und lassen Sie uns noch mal über ein paar weitere Vital-Hacks, wie Sie das nennen, sprechen, die uns gesünder altern lassen. Ein Tipp wäre, regelmäßig in die Sauna zu gehen. Was bringt es? Die Sauna ist Weltkulturerbe quasi, Immaterielles. Und wir wissen, dass das tatsächlich Lebensverlängern hilft. Das hat natürlich einerseits die sozialen Kontakte zur Ursache, die da auch geknüpft werden, wenn man gemeinsam in die Sauna geht. Aber im Grunde ist es das Herz-Kreislauf-System, was total trainiert wird und auch der Boost fürs Immunsystem. Wenn dieses Gefäßtraining stattfindet und danach man sich auch gerne noch abkühlt, dann werden die Gefäße ja mal weit und wieder eng und wieder weit und wieder eng. Das ist gut, weil das entspricht genau den Anforderungen des Lebens, dass wir mit unseren Gefäßen gut auf Stressoren reagieren können, dass wir den Sport gut ertragen. Und dass wir aber auch durch diesen Durchblutungsboost mehr Immunsystem in die Schleimhäute bekommen und dass wir dort weniger Infekte haben, der Stoffwechsel angeregt wird. Deswegen sieht man auch jünger aus und hat weniger Erkältungskrankheiten. Und diese Kombination macht, dass Sauna so gesund ist und auch durchaus lebensverlängernd und krankheitsbewahrend. Also die Zahlen, die man aus Ländern hat, in denen Menschen das wirklich sehr oft machen, aus den nördlichen Ländern, sind unglaublich. Ich habe die jetzt in ihrem Buch entnommen. Bis 63 Prozent Risikominderung vor plötzlichem Herztod zum Beispiel. Ja, und 66 Prozent Minderung des Demenzrisikos. Genau, und es ist auch antidepressiv und man ist nicht so müde, also man schläft besser. Also hat ganz viele ganzheitliche Effekte. Also Sauna hilft, das kreisse Gegenteil hilft auch, Kältetherapie? Ja, Kälte hat in verschiedenen Formen einen guten Effekt. Wenn wir zum Beispiel im T-Shirt bei 17 Grad rumlaufen, bilden wir mehr braunes Fettgewebe aus. Das hatten wir als Kinder, da sind viele Zellkraftwerke, die Mitochondrien in diesem Fettgewebe. Und das ist nicht wirklich Fett, sondern ist stoffwechselaktiv und hilft beim Abnehmen zum Beispiel. Kälte nach der Sauna oder auch mal Eisbaden. Danach muss der Körper kompensieren, dieses Gefäß zusammenziehen, beantworten mit Gefäßerweiterung. Und das spült wiederum Immunzellen in die Peripherie des Körpers und beschützt uns. Und auch hier ist wieder ein Gefäßtraining und jeder kann damit zu Hause anfangen. Man muss nicht gleich in den See steigen. Man kann einfach auch mal den Wasserhahn kurz auf kalt drehen, erstmal ein paar Sekunden. Und wenn man fortgeschritten ist, ein paar Minuten, also von, sagen wir mal, 20, 30 Sekunden sich auf zwei, drei Minuten steigern. Und gerne von den Füßen anfangen in Richtung Herz, damit die Gefäße sich so langsam nach oben zuziehen. Und das Leitungswasser hat ja dann so 10 bis 12 Grad. Und diesen Effekt kann man eben auch ganz billig nachbauen. Also ich bin bekennender Warmduscher und beim Eisbaden bin ich ehrlich gesagt raus. Aber Sauna finde ich zum Beispiel super. Was sind eure Tipps, um möglichst lange vital und gesund zu bleiben? Teilt die uns gerne in den Kommentaren mit. Und wenn ich an Vorbilder denke, was Altern angeht, dann denke ich an Greta Silber. Sie ist mit 60 Model geworden, hat mit 66 ihren eigenen YouTube-Kanal aufgemacht, um das weiterzugeben, was uns alle am besten jung hält, nämlich Lebensfreude. Eine tolle Frau, auch die war bei uns zu Gast und wir haben die Sendung für euch verlinkt. Ansonsten gilt natürlich, wenn ihr keinen guten Gast verpassen wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Und das Leitungswasser hat ja dann auch die Sendung für euch verlinkt.